Stimmung ist eigentlich recht gut, aber natürlich arbeiten wir viel, trainieren viel, dementsprechend sind wir auch ein bisschen platt. Wie schon letztes Jahr, das Hotel ist überragend, er bietet viele Regenerationsmöglichkeiten, es ist Weltklasse und von daher sind wir relativ schnell wieder fit für das nächste Training. Untertitelung des ZDF für funk, 2017